Ja, hallo, mein Name ist Martin Stelte und ich bin für die E-Learning-Koordination im Zentrum Geisteswissenschaften im Projekt Starker Staat ins Studium an der Uni in Frankfurt am Main zuständig und mein Thema heute sind Erklärvideos in den Geisteswissenschaften. Ich habe in einigen Gesprächen mit Lehrenden in Vorbereitung auf das Projekt festgestellt, dass die allgemein sehr großes Interesse hatten, ihre Lehre durch Videos zu unterstützen in jedweder Form, aber dass sie vor allem abgeschreckt sind durch mögliche Hürden, durch den Aufwand, vor allem technischen Aufwand, der damit einhergeht und deswegen habe ich versucht mit Kolleginnen ein Projekt zu entwickeln, wo wir sie von den größten Hürden erstmal befreien. Das bedeutet, dass sie konzeptionell geschult werden, dass wir sie vernetzen untereinander, vor allem fächerübergreifend, auch mit SupporterInnen und dann Produktionsroutinen idealerweise entwickeln, um dann im Endeffekt natürlich auch Videos zu produzieren. Und aktuell arbeiten in diesem Projekt circa ein Dutzend, das fluktuiert so ein bisschen von Semester zu Semester, ein Dutzend Lehrende aus sechs verschiedenen Fächern der Geisteswissenschaften zusammen. Die konzipieren Storyboards und bereiten Skripte für Screencasts und Realfilme und Hybridformate vor, die wir dann umsetzen. Nun, das Besondere ist, es ist ein fächerübergreifender Ansatz, den wir verfolgen. Warum blende ich das jetzt ein? Wir können uns in den Geisteswissenschaften wunderbar darüber streiten, welche dieser drei Formen wir jetzt präferieren bei einem Literaturverzeichnis. Im Worüber uns wir aber einigen können, und das ist jetzt mal ein Ausschnitt aus dem Storyboard, ist eben der Kern des Ganzen, nämlich warum wir auf eine bestimmte Art und Weise zitieren oder warum wir überhaupt zitieren. Nämlich es geht um Nachvollziehbarkeit und es geht um Einheitlichkeit. Und da kriegen wir alle Fächer eigentlich zusammen. Und so setzen wir an, dass wir die kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und identifizieren und als Ausgangspunkt für anknüpfungsfähige Videos nehmen. Da kommen wir dann automatisch auch in den Bereich der Didaktik. Wir haben keine Vorgaben gemacht, konkrete, wie jetzt Videos eingesetzt werden sollen. Aber es ist klar geworden, dass es vor allem drei Einsatzszenarien gibt, die sich eignen. Das wäre zum ersten einmal die Mediaaktivierung in der Präsenzsitzung. Man schaut gemeinsam ein Video, das zum Beispiel provoziert, das informiert, was auch immer und dann die Basis für eine Gruppendiskussion ermöglicht. Die zweite Variante, die sehr attraktiv scheint, ist erstmal, dass wir die Videos als Module denken und als Teil eines größeren Lernzusammenhangs, beispielsweise eines größeren Lernmoduls verstehen und die flankiert werden zum Beispiel von weiteren Materialien. Das kann ein PDF sein, das können flankierende Hausaufgaben sein, aber dass sie quasi kein Standalone-Produkt sein sollen. Die dritte Variante wäre, dass wir sie anreichend einsetzen. Das heißt, man produziert ein Screencast für eine spezielle Fachdatenbank. Man macht auch vielleicht, die Lehre ein bisschen breiter gedacht, ein Video, wie läuft eine mündliche Prüfung ab, wie bereite ich mich darauf vor und packt das dann in Moodle oder Olat oder was auch immer. Es wird schon klar, die Themen, die wir aktuell bearbeiten, sind sehr divers. Das reicht von richtigem Exzerpieren oder überhaupt, was ist Exzerpieren, bis hin zu E-Mail-Kommunikation mit Lehrenden. Wie kann die fruchtbar gestaltet werden? Oder Themen wie richtig belegen und zitieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach wenig Konzept und viel Beliebigkeit und Chaos, aber deswegen nochmal die Folie. Es geht uns vor allem erstmal darum, Lehrende ans Arbeiten zu bringen und zu animieren. Also vor allem die ersten beiden Punkte, eben wir schulen sie konzeptionell, was braucht ihr, was müsst ihr mitbringen, was müsst ihr können, woran müsst ihr denken und wir vernetzen sie mit Gleichgesinnten, damit daraus dann quasi so eine Art Nukleus entstehen kann für Folgeprojekte. Denn neben diesen weichen Gründen, die man für einen fächerübergreifenden Ansatz nennen könnte, wie Synergieeffekte, größere Zielgruppe, gibt es auch ein paar knallharte, nämlich ja, technische Hürden, die existieren für viele, die kann man aber lösen. Geld ist ein Problem und deswegen braucht man Verbündete. Und wenn man sich, ich habe nochmal ein Bild aus einem Storyboard hier an die Wand geworfen, wenn man mal sieht, mit welchem Engagement und welcher Detailliebe dann auch tatsächlich versucht wurde, ein Problem zu visualisieren, was ja die Voraussetzung ist für ein Video, ist schon klar, dass da ein großes Interesse da ist und auch ein großes Engagement und das muss man irgendwie befördern. Und ich bin sicher, das hat jetzt sehr viele Fragen ergeben. Auf die freue ich mich dann im Anschluss. Danke. Applaus 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 Applaus